der hat so gut begonnen da passiert nichts oder den Tommy ich laufe mal wieder zurück so dass er heißen das heißt auch hier damals in den Kopf geschossen weil du grausam das auch ein anderes Thema wer auch immer der schießt er ist ganz schön treffsicher ihr dürft euch ruhig outen das ist gelogen nein ich hab schon gesehen das war der Mann mit der roten Kappe welcher Reifen ist denn kaputt gegangen und wie viele und überhaupt ich hab keine Ahnung sammelt einfach okay hier unten fehlt Reifen ich seh schon wo ist ein Spawn wo man das kriegen könnte auch im Einkaufszentrum ne nur an Tankstellen und okay ich guck grad ist hier irgendwo ein Industrial Punkt in dieser Stadt glaub ich nicht we are stuck in the city and we can't get out of it welche Stadt ist denn das überhaupt Krasnona Minsk war das jetzt ein Witz oder heißt die wirklich so die heißt so okay also die heißt bestimmt nicht wirklich so aber das ist eine beste Fähigkeit den Stadtnamen richtig auszusprechen hier ist nur ein Code Log ne Batterie oh ist das ein weiblicher Zombie ja die soll es ja geben da schießt du besonders gerne drauf ne ja ins Gesicht maximum love Tipps heute mit dem Teji wie lerne ich Frauen kennen wumm ich komm an Maxi niemals dran ne das stimmt also wenn ihr wirklich was über Liebe erfahren wollt dann müsst ihr euch maximum love von Fabulous 5 angucken heißen die nicht high five oder high five genau aber das stimmt high five ha mhm schöner Teppich unglaublich kompetent was das Thema angeht ich muss mal hier umstellen ich verballer schon wieder meine ganze Munition ganz schön dass meine linke Maustaste jetzt doch meine Ladehemmung simuliert ja ok ich hab mich in den Einkaufspalast gebackt ach du läufst ja gerade hast du schwere Verletzungen durch den Zombie erfahren hast du deinen Unterkörper verloren so sieht es aus ich bin ein schwarzer Zwerg die beiden sind nicht wegen der Weste deswegen kennen und lieben wir dich du bist so klein muss nie der Eingang, wach da mhm hallo oh da ist er ja der Kleine wie niedlich bist du meine Mama? nein ich bin ein äußerst männlicher Papa so da unser Fahrzeug nicht mehr geht stelle ich mir an die Bushaltestelle und warte ja viel Spaß wir werden schon was finden nicht aufgeben oh essen erstmal das Nötigste ne irgendwie ein Zombie wo willst du denn hin kleiner Mann? ach da jetzt bist du groß geworden ja wir sind Telefonzellen ich könnte ja den ADAC anrufen aber den gibt es doch nicht mehr in der Parkapokalypse naja ja jetzt hätten sie aber mal ihr können beweisen können ja hat jemand von uns ne Mitgliedskarte ja seht ihr wo? wo ist das Telefonbuch auf Russisch? ich hab nen Zombie gehört ach der hat sich hier reingepackt der ist unter dem der ist unter dem Gebäude und kann rennen Hilfe wir rennen ja eigentlich draußen alles rum ich ich wo ist denn die Tankstelle gewesen? da kann doch immer mal wieder was spawnen scheiß Spiel ey scheiß Bugs in diesem Spiel in der Nähe von unserem Boot war eine Zombies sind alle Bug-User ja aber echt hier sind Zombies im Einkaufszentrum und die haben sich unter äh den Boden gebuckt ob das eine äh politische Message ist? Zombies im Einkaufszentrum? wie erschieß ich die jetzt? ein Kopfschuss? ne die sind ja unter dem Boden ich glaub ich hab da ein Auto gefunden aber das hat keine Reiten dann verdammt hat hier jemand grad geschossen auf einen? ja den hab ich auch getroffen es sind zwei Stück also ich hab zumindest zwei gesehen oh Gott sei denn das ist ein tödlicher Sandkasten NEIN irgendwo war hier noch einer können Reifen nicht auch in den Supermärkten spawnen? wenns ein Walmart ist? aber bei Origins ist alles möglich nein hier spawnen aber gar nix das ist noch besser ok der ist wohl schon nicht mehr da hm Hangstelle? wo ist denn die nächste? ich bin grad an einer hier ist nur ein Spaten naja das heißt nichts richtig Bandmixer man muss die Dinge so nehmen wie sie kommen wär auch zu schön gewesen einfach so straight zum äh wir hätten fliegen sollen ja wir hätten fliegen sollen aber das ist so unspektakulär ich mein das ist ein fahrendes Boot ja das stimmt das schafft 120 auf der Straße wenn die Reifen heil bleiben und am Horizont erhebt sich ja eine interessante Konstruktion diese Riesenbrücke ja ist das die wo wir drüber müssen? ja wo wir garantiert auch an allem einfach hängen bleiben nein wenn wir nicht lasst uns die anderen Reifen abmontieren das Boot ausschlachten und den Lader nehmen das wäre tatsächlich eine Möglichkeit aber dann hab ich mein Boot verlagert nein aber wir können das Boot ja wiederholen wir haben ja alles im Lager drin ah gut dann steigen wir in den Familienlader um ja es sind nur noch eins zwei drei obwohl doch es sind vier Reifen aber zwei davon haben auch schon nur noch ne die können wir gar nicht ausnehmen weil die sind ja unter 80% echt? ja wir können die Sachen gar nicht rausnehmen ach Mist aus der Traum tut mir leid aber Lader war schon jemand denn in der Feuerwache dahinten? ne ne das ist ne gute Idee ja ist doch eigentlich auch so industriell oh ein Zementmixer hm was für eine nützliche Erfindung haben wir jerrycans bei? äh leere ja weil hier ist doch ne Tankstelle ja das ist wohl ich glaub ich hab so ne 8 Schlitter jerrycans mitgenommen ne große achso ja ich hab keinen Rucksack mit kann ich ja gar nicht hm ne also Sabina ist keine tolle Stadt ist ja auch nicht Sabina ach äh wie heißt das krass? Manovo oder krass Dorsendor, Minsk ah genau Was are you shooting at? I don't see anything weiß nicht der böse war Starcraft Minsk ja Starcraft hatte so viel ah ne Arturus Minsk ja genau Minsk das war der von Baldur's Gate 2 der mit dem Hamster mit dem teuflischen Hamster Minsk und Bo allzeit bereit wir haben hier sogar ein Krankenhaus meine Güte ich lauf jetzt dir mal hinterher Will also Feuerwache wirkt jetzt nicht so ergiebig ja vielleicht ist noch nichts gespawnt doch ja räum den Kram mal raus und renn ein bisschen drumrum oh Gott da kommen so viele Zombies da warum bist du so viel schneller als ich? weitwaffe oder hast du da auch? hm? seltsam vielleicht finden wir hier einen hübschen Rucksack für dich meinst du? da liegt schon einer mit Kätzchen drauf huh Kätzchen Feuerwache liegt auch einer wo liegt einer? bin ich blind? ah ich stand drauf das kommt blind sein sehr nach ja na toll ich kann den nicht aufnehmen hast du ein bisschen Platz in deinem Inventar Tütz? ja weil die Dosen oh wo ist er hin? wieso ist er denn jetzt weg? ich weiß es nicht aber ich hab ihn nicht hallo gesagt hier ist immer noch einer die Dosen lagen drauf und deswegen ach oh nein das ist ein patient zero zwei binoculars ich liebe in diesem spiel dass es so überhaupt nicht buggy ist beim forum kann man ja auch mal nachlesen heute ist es noch eine beta oder eine alpha oder ich habe eine SA-61 gefunden ich habe eine SA-61 gefunden ich habe sie ja nicht aufgenommen ich habe sie ja liegen lassen oh oh Streichhölzer da jetzt zünden wir die Welt an hier ist Revolver-Munition oder ne es ist wahrscheinlich M-Dingsbums-Munition oder Revolver könnte ich theoretisch gebrauchen aber ich habe keinen Platz auch schon wieder so viel Kram dabei und unbedingt einen Rucksack für dich ja was noch oben? ich glaube nicht dass wir das Glück haben dass zweimal ein Rucksack in einem Gebäude spawnt ach das kann schon passieren Bandagen ich glaube wir müssen zur Feuerwache ja ich glaube auch ne um Gottes Willen ahhh was macht ihr da? so viele Zombies wo seid ihr? wir sind in dem Dingsbums Haus wir sind hinter der Feuerwache ich wechsle mal eben meine Waffe kommen dir dann sofort hinterher tschüss Lada wir sind beim Lada? wo ist denn der Lada normal? neben dem Boot lustig wenn ich die AK in der Hand habe dann laufe ich schneller als du mit dem Revolver das soll mal einer verstehen das soll mal einer verstehen irgendwas grunzt hinter mir und ich werde immer langsamer tschüss ach ne 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 na lauf was habe ich da angelockt? zombie ok wo muss ich her? geradeaus rechts? rechts hier Feuerwache ah da hallo Feuerwache dann werde ich den Zombie jetzt erschießen müssen da liegt ein Rucksack im sorry die ganze Zeit erzählt dir hört doch keiner zu wo liegt ein Rucksack? rechts hier bei der Treppe nix großes aber muss ja nicht muss ja nicht bei der Treppe? du standest gerade drauf jetzt ist er wieder weg was soll das denn? ist die kaputt? nein ich habe hier keinen gesehen hast du ihn schon wieder mitgebracht Freunde zum Spiel bin ich denn jetzt in der Schule? das war aber leise gibt es in der Schule Reifen? nein nicht mehr ich bin der Rucksack Killer ne in der Schule gibt es eine Lee Enfield auch nicht schlecht ich gehe in in Feuerwehrhäuser nicht mehr hoch du weißt was das letzte mal passiert ist was ist passiert? ich habe mich kaputt gebackt also halb kaputt und war ohnmächtig warum machst du sowas? ich weiß es nicht ich bin nur die Treppe hochgegangen oh ich nehme die Akama hier mit anstatt jetzt äh die Lee Enfield ich lege die Lee Enfield dann mal hier hin oh die hat nur einmal erziehen ne ich äh überhalte die Lee Enfield das ist ja auch meine Lee Enfield ich habe das Gefühl hier deespaunt alles wo? jetzt nicht mehr jetzt wieder jetzt nicht mehr jetzt wieder ja wirklich ich kann die jetzt anvisieren komm mal zu mir hier wo ich bin das ist wahrscheinlich so ein ich habe hier keinen ich sehe hier keinen komm mal her zu mir wo ich stehe wo ich stehe genau wo ich denn einfach Elisabeth die Lee Enfield aufmacht geht an die Treppe weiter an die Treppe öffne ein Riss siehst du ihn jetzt? ich sehe hier gar nichts geh mal so ein bisschen vor und zurück nein hm dann backt der bei mir nur so komisch seltsam ich geh mal wieder zu der Stelle ach ja Flash17 hat alles besser gemacht hu hallo hallo hoch 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 ich möchte wieder eine weiße Frau sein ich habe voll die Identitätskrise hier Christus? ja wenn meine linke Maus das immer los geht schon ok eine doofe Stadt für eine Panne hm ich dachte ich mache es mal interessant ne ja funktioniert doch dein Plan von Anfang an natürlich lass uns mit dem SUV fahren nein wir fahren mit dem Boot das 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 biete schön Danke. Das ist so furchtbar, wenn die linke Maustaste klemmt. Ich hab einen Reifen gefunden. Ernsthaft? Da haben wir nur noch einen weiteren. Oh. Oder wir fahren mit dem Lader. Dann haben wir immer noch einen Reifen zu wenig. Achso. Dann haben wir immer noch drei Reifen zu wenig. Ernsthaft? Ja. Ah. Ich kann nicht einen Reifen abmachen. Nein. Die Sachen, die man abbaut, müssen bei 80% mindestens sein. Und die Reifen sind alle so bei 13, 14? Hm. Was? Alle? Nee, zwei sind kaputt. Die anderen beiden sind bei 13, 14. Ach. Toll, Tegi. Oh, Quats. Mal gucken, wie weit wir mit denen kommen. Ja, rein theoretisch schon eine ganze... Einer ist sogar bei 5%, aber das ist ja der rote Kaputte, ja. Da kommt ein Anzugträger. Ja, ja. Um Gottes Willen. Kann ich schießen, meine linke Maustaste funktioniert nicht. Da ist noch ein Zombie. Ich finde, den Schotten sollte zurück ins Lager laufen und uns Reifen holen. Hm. Ich treffe momentan irgendwie nicht so gut. Ich frage mich gerade eher, wo ich langgelaufen bin. Ah, hab ich euch schießen. Nein, nein, nein. Du haust mich nicht. Das wüsste ich aber. Guck mal, was denn hier schön ist. Wir gehen mal ins Hotel, ne? Oh, hier ist ein Alice Pack bei mir in der Schu... ähm, Bürogebäude. Genau. Alice Pack, Alice Pack. Ja, geh mal gucken. Office Gebäude. Ist ja gleich rechts hier neben. Rechts? Da, wo der Lader ist. Genau. Da, wo der Lader ist. In der ersten Etage. Hier? Ja. Gucken, ob ich wieder einen Rucksack verschwinden lassen kann. Das wäre toll. Wo denn? Rechts, links? Äh, wo bist du? Hier. Komm zurück. Was ist das denn? Könnte nur nicht drüber laufen. Ein Crossbow. Okay. Da. Hier. Okay. Ich betrete den Raum. Wo ist er? Oh, du bist in der Nähe. Da verschwindet der. Das ist unfassbar. Es ist nicht meine Schuld. Ah, hier ist er, hier ist er. Oh, jetzt ist er wieder weg. Ja gut, dann wagt er bei dir. Versuch den wiederzufinden und dann anzulegen. Du schaffst das. Ähm... Die haben Angst vor dir, die Taschen. Gehe. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Ich kann ihn aber auch nicht aufnehmen. Ich kann ihn auch gar nicht anvisieren. Ach, oh man. Ach. Drecksding.